Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit Der Feind meines Feindes ist mein Freund betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungsdruck der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Du bist eher Kumpel. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Folgen mir, nicht stehen bleiben. Security, Platz machen. Gut, meint es gut mit uns. Unsere Speer haben eine echte Schussgrube gefunden. Den legendären Funkerkomplex D6. Riesige Lager, gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Aber D6 wurde von Sparta eingenommen. Herr Sturmbandführer! Was wollen Sie? Scheiße! Was zum Täuschen! Die beiden Gefangenen haben die Waffen ermordet und sind getötet! Was zum Täuschen! Hör auf! Hör auf! Schnapp doch die Waffe! Spione! Sieh! 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 Da, da, du Miststück! Auf dem Boden, auf dem Boden, du Miststück! Ich erhebe mich, wegschießen! Halte durch, Herr Scho, halte durch! Nur noch etwas legen! Mist, Herr Lefe! Musikkant! Ich sehe sie! Das sieht schon, du Miststück! Warten Sie auf! Auf geht's, wir spielen hier vor dir!